Hallo liebe Stillhalter und Investoren, in diesem Video möchte ich euch einmal über die Vorteile des Intraday-Optionshandels aufklären. Wir werden dazu auch noch mal ein zweites Video machen, wo es dann auch um die Nachteile geht, damit ihr dann das komplette Bild habt und für euch entscheiden könnt, ob diese Art des Handels etwas für euch ist. Zunächst mal ein paar Rahmenbedingungen, die wir dafür setzen müssen. Was ist denn der Intraday-Handel von Optionen? Jetzt könnte ich natürlich sagen, okay, ich eröffne zum Beispiel die Börse in den USA, macht 15.30 Uhr auf, da eröffne ich einen Trade und dann schließe ich den wieder um 16 Uhr. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Ich könnte das Ganze mit Optionen machen, mit trotzdem beliebiger Laufzeit, dass ich sage, okay, die Optionen, die ich verkaufe, die schließe ich zwar am gleichen Tag wieder, aber die haben trotzdem 50 Tage Laufzeit. Solche Ansätze gibt es durchaus. Man muss aber dazu sagen, dass Optionen, die ich dann eben am gleichen Tag handel und die so eine lange Laufzeit habe, dass mit denen mal ganz pauschal gesagt in der Regel relativ wenig passiert. Also da ist einfach wenig Bewegung im Optionspreis drin, wo hingegen viel Bewegung drin ist, ist, wenn die Optionen an diesem Tag ihren Verfallstag haben. Und das sind die sogenannten SPX-Optionen oder 0DTE-Optionen. Vielleicht hat der ein oder andere von euch davon schon mal gehört. Und im Prinzip gibt es die nicht nur für die SPX-Optionen, sondern die gibt es für alle Optionen. Also zum Beispiel jede Apple-Optionen hat einen Verfall jede Woche am Freitag. Und wenn ich diese Optionen am Freitag handel, dann haben sie eben an diesem Tag nur noch 0 Tage Laufzeit, also deswegen 0DTE, Days Till Expiration. Und die Besonderheit aber bei den SPX-Optionen ist, dass diese jeden Tag einen Verfallstag haben. Sprich, ich kann jeden Tag eine Option mit 0 Tagen Restlaufzeit handeln. Historisch gesehen war es ganz früher mal so, dass es nur einmal die Woche ging. Dann wurden drei Verfallstage die Woche eingeführt, als Montag, Mittwoch und Freitag. Und jetzt dann 2022 kamen fünf Verfallstage insgesamt dazu. Also nicht dazu, sondern sind es insgesamt. Das heißt, Montag bis Freitag gibt es jeden Tag einen Verfallstag und damit kann ich auch jeden Tag 0DTE-Optionen handeln. Und wie kann das Ganze zum Beispiel aussehen? Ich habe jetzt mal hier einen beliebigen Chart im Ein-Minuten-Chart. Und jetzt sage ich mal, der optimale Trade wäre natürlich gewesen, wenn ich hier um 19.15 Uhr, sagen wir mal, hier unten irgendwo einen Short-Put verkauft hätte und der Markt läuft dann nach oben. Und dieser Short-Put, für den ich dann hier unten eine gewisse Prämie bekomme, der ist dann idealerweise am Handelsende wertlos verfallen. So funktioniert das Ganze mal relativ einfach gesagt. Und jetzt möchte ich mal auf den ersten Vorteil des Ganzen kommen. Der erste Vorteil ist, dass der Optionsverkauf ja generell davon lebt, dass ich einen Zeitwertverfall habe. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel wie in diesem Beispiel, ich eröffne hier unten den Trade und der Markt läuft dann nach oben oder selbst wenn er jetzt hier seitwärts laufen würde, die Optionen haben Zeitwertverfall. Das heißt, wie bei einer Autoversicherung, die jetzt zum Beispiel Ende des Jahres ausläuft, die ist natürlich am Jahresanfang, also im Januar, ist sie mehr wert, als wenn ich sie jetzt am 30. Dezember noch habe. Natürlich, wenn da ein Unfall passiert, dann sichert sie trotzdem noch ab. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich ja viel geringer und deswegen ist auch der Zeitwert dieser Option sehr gering. Und im Optionshandel leben wir vor allem von dem Thema Zeitwertverfall. Das ist ja der große Vorteil, dass wir mit unserer Richtung, wo wir den Trade hinsetzen, gar nicht unbedingt richtig legen müssen, sondern wir dürfen nur nicht komplett falsch liegen. Und der Rest wird dann über diesen sogenannten Zeitwertverfall geregelt. Und jetzt ist es so, wenn ich eine Option zum Beispiel verkaufe mit 50 Tagen Laufzeit und der Markt dümpelt so vor sich hin, dann nagt auch an dieser Option der Zeitwertverfall. Aber der geht vor allem so richtig Gas geben, tut der zum Ende der Laufzeit hin, also zu den letzten 10 Tagen, sage ich mal. Und wenn wir natürlich eine Option haben, die, wie jetzt hier in diesem Strich markiert, ihren Verfall um 22 Uhr hat, dann ist um diese Uhrzeit der Verfall oder der Zeitwert auch definitiv bei Null. Das muss nicht heißen, dass der Trade vielleicht kein Verlierer sein wird. Das kann trotzdem passieren. Aber der Zeitwert ist auf jeden Fall Null. Das heißt, wenn wir hier anfangen, die Option zu verkaufen, dann wissen wir 1 zu 100 Prozent in guten 4 bis 5 Stunden oder in dem Fall 3 Stunden ist der Zeitwert dieser Option definitiv bei Null. So, das ist ganz klarer Vorteil des Ganzen. Das heißt, wir haben wirklich den maximalen Zeitwertverfall für diese Option. Der nächste Vorteil, den ich sehe, ist, dass man kein Übernachtrisiko hat. Das heißt, wir wissen definitiv, wenn wir jetzt hier diese Beispieloption verkaufen, die wird am Ende des Tages, wird sie entweder ein wertloser Verfall sein, die Option. Das heißt, wir haben einen Gewinn erzielt. Sie wird vielleicht vorher ausgestoppt, weil zum Beispiel eine fiese Bewegung kommt. Sagen wir mal, wir hätten, machen wir mal hier, wir hätten hier zu dieser Zeit einen Put verkauft, irgendwo hier oben und danach knallt der Markt nach unten. Zack, dann wäre mal eben ausgestoppt. Dann ist der Trade aber auch beendet. Ja, also er ist entweder beendet, wenn ich ausgestoppt werde oder wenn er am Ende des Tages wertlos verfällt. Und dann gibt es noch den dritten Sonderfall, falls die Option im Geld landet und dann Cash gesettelt wird. Das ist aber wirklich ein Spezialfall. Und das heißt, um 22 Uhr ist dann auch wirklich Schluss mit dem Handel. Und meine Positionen sind dann, wie gesagt, entweder im Verlust raus oder sind wertlos verfallen. Und danach ist es dann auch vorbei. Sprich, wenn am Freitagabend um 22 Uhr bin ich mit meinem Handel beendet, meine Positionen sind dann de facto um 22 Uhr raus. Und übers Wochenende passiert eine mega Riesenkrise. Und der Markt eröffnet am Montag mit minus 10 oder 15 Prozent. Ja, jetzt mal unabhängig davon, ob das mit den Circuit Breakern im S&P noch so funktioniert. Aber es gibt einen riesen Gap nach unten. Dann kann mir das erstmal egal sein, weil ich habe kein Übernachtrisiko durch diese Art des Optionshandels. Und das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil, weil ich gehe dann auch jeden Tag komplett mit dem Kopf her, komplett frisch an die Sache ran. Was am Vortag passiert ist, ist mir eigentlich egal. Und auch wenn so eine große Delle, wie übers Wochenende passiert, oder es könnte ja auch mal ein großes Gap nach oben geben, das ist dann eigentlich erstmal egal. Ich habe dieses Übernachtrisiko nicht. Da gibt es noch einen wichtigen Hinweis, den ich euch mitgeben möchte. Wenn ihr dazu mal in die Option Chain schaut, und wenn wir uns jetzt mal hier auf diese SPX Option fokussieren, dann ist es ganz wichtig, dass ihr dabei darauf achtet, wenn ihr quasi dieses Übernachtrisiko auch ausschließen möchtet, dass ihr diese SPX W Option handelt. Weil nur diese SPX W Option, das W steht für Weekly Option, das sind die, die wirklich dann auch um 22 Uhr deutscher Zeit abgerechnet werden. Es gibt noch diesen Spezialfall, das sind hier die SPX Optionen. Und ich nehme hier das Video am 15. Mai auf, da gibt es diesen Verfall mit der SPX W Option. Und auch am 16. Mai gibt es die SPX W Option. Aber am 16. Mai, das ist die Besonderheit, weil es der dritte Donnerstag im Monat ist, gibt es auch eine normale SPX Option. Und hier ist die Besonderheit, dass die dann erst zur nächsten Handelseröffnung final abgerechnet wird. Das ist ein bisschen ein komischer Fall, aber es ist einfach so. Und da muss man aufpassen, weil da habe ich dieses Übernachtrisiko dann de facto trotzdem drin. Also da muss man wirklich aufpassen. Wir handeln ausschließlich diese SPX W Option. Diese SPX Optionen, die haben trotzdem mehrere Berechtigungen, gerade wenn ich längerfristige Strategien mit den SPX Optionen handele, weil die einfach auch nochmal eine ganze Ecke liquider sind, aber haben eben den Nachteil dieses unterschiedlichen Verfalls. Das nun mal als kleines Detail. Und der letzte Vorteil, den ich euch heute mitgeben möchte, ist, dass ich neben dem Übernachtrisiko, das ich eben nicht habe, auch weitgehend unabhängig bin von den großen Bewegungen. Also ich kann, wenn wir jetzt mal hier im Tageschart gucken, ich kann sowohl in Phasen, wo der Markt hier stark nach unten läuft, kann ich gute Gewinne erzielen. Ich kann aber auch in Phasen, wo der Markt hier nach oben läuft, gute Gewinne erzielen. Kann natürlich auch umgekehrt sein. Also auch so eine Phase hier kann relativ fies sein. Oder ich zeige euch mal Kerzen, die besonders fies sein können. Und zwar solche hier, wo eigentlich de facto gar nicht viel passiert ist. Ihr seht hier ganz kleinen Kerzenkörper. Das heißt, Eröffnungspreis und Schlusskurs ist mehr oder weniger auf einem Level. Aber ihr seht hier diese Spikes nach oben und unten. Und das kann natürlich dazu führen, dass ich vielleicht munter über den Tag verteilt, meine Option verkaufe und dann mal oben rausgeworfen werde, unten rausgeworfen werde. Und am Ende des Tages ist mit dem Markt gar nicht viel passiert, aber meine Optionen haben viel verloren. Das kann durchaus auch passieren. Und deswegen ist es so ein Vorteil und Nachteil gleichzeitig. Also wir sind einfach unabhängig von den großen Marktbewegungen. Man darf sich aber nicht täuschen lassen, dass solche Tage wie diese hier unter Umständen relativ fies sein können. Genau, das waren jetzt mal drei Vorteile, die ich sehe für den kurzfristigen Handel von Optionen. Wir machen das, wie gesagt, bevorzugt mit SPX-Optionen. Wenn euch diese Art des Handels mehr interessiert, dann könnt ihr euch gerne mal unsere Mastermind-Gruppe angucken, wo eben diese Art des Handels ein wesentlicher Bestandteil unseres täglichen Doings ist. Wir machen natürlich auch noch ganz viele andere Sachen. Also wir handeln längerfristige, mittelfristige, ganz langfristige Strategien. Wir haben viele Investment-Ansätze. Wir kümmern uns auch um das Thema Steuern. Ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch der Austausch mit Gleichgesinnten. Erst kürzlich hatten wir unser erstes Jahrestreffen in München. Es war eine richtig tolle Runde und Veranstaltung, wo einfach auch für uns extrem inspirierend ist. Und deswegen schaut euch das gerne mal an, wenn ihr da tiefer einsteigen wollt. Und abschließend bleibt mir noch zu sagen, wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, dann lasst bitte ein Abo da. Ich habe es neulich schon in einem anderen Video gesagt. Der Algorithmus von YouTube ist so intelligent, dass wenn ihr euch für diese Sachen interessiert, dann werden unsere Videos euch automatisch angezeigt. Aber für uns, unsere Reichweite, hilft es wirklich enorm, wenn ihr einfach diesen kleinen Klick auf diesen Abo-Button tätigt, weil dann arbeitet der Algorithmus auch gut für die Leute, die vielleicht mit dem Thema Optionshandel noch gar nicht so viel Berührung haben, aber für die es trotzdem spannend ist. In dem Sinne danke ich euch dafür schon mal, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video, wo es dann auch um die Nachteile dieses Handels geht.